Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. In dieser Woche geht es um all das, was ich im Oktober verdüftelt habe. Es hat sich eine ganze Menge angesammelt, das muss ich zugeben, obwohl ich zwischendurch auf Klassenfahrt war, im Urlaub war, immer nur ein paar Tage, aber ich hätte gedacht, dass dadurch ein bisschen weniger da ist. Ist aber nicht so. Andererseits kann ich es dadurch erklären, dass bei mir im Oktober der Herbst endet. Dementsprechend lasse ich Sachen leer laufen, lege nichts mehr nach und dementsprechend ist halt relativ viel leer geworden. Nehmt euch am besten also ein Getränk oder was zu essen und quatscht ein bisschen mit mir. Ich fange wie immer an mit Dingen, die was mit Duftfirmen zu tun haben, aber nicht unbedingt Duftwachs sind. Diesmal habe ich gar nichts aus dem Auto. Da läuft immer noch schön mein Ventilator mit der zweiten Portion von GoGo Mango, ich glaube. Ja, Teelichter habe ich komischerweise auch nicht leer gemacht. Das liegt aber daran, dass mein Freund jetzt zu mir gezogen ist und der hatte auch noch so Teelichtreste und hat die einfach in meine Schublade reingeschmissen. Dadurch ist das nicht so viel geworden. Ich habe aber leer gemacht zum ersten Mal einen Wäscheduft von Candlewarmers hatte ich den besorgt. Horomia ist die Marke. Es war die Duftrichtung Gold Argan und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit diesen Dingern. Die sind relativ preisintensiv, relativ teuer, aber man braucht wirklich nur wenig und die Wäsche riecht wirklich, wirklich, wirklich tagelang danach, wochenlang. Total angenehm. Die Duftrichtung gefiel mir gut. Was will man mehr? Würde ich wieder kaufen? Auf jeden Fall. Außerdem ist leer geworden ein Counter-Clean von Sensi in der Duftrichtung Lemon Verbena. Ich bin ein großer Fan von den Counter-Cleans. Die machen wirklich gut sauber. Die bringen Dinge zum Glänzen und machen da ja irgendwie so eine Schutzschicht drüber, dass man beim nächsten Mal putzen dann weniger Anhaftungen des Drecks hat. Kann ich bestätigen. Was nicht gut klappt, ist, ich habe so eine hochglänzende Steinplatte in der Küche. Also mein Counter selber kann man damit nicht so gut reinigen. Da wird das leicht schlierig, schmierig, aber alles andere super. Ich habe das sogar schon ins Putzwasser gegeben und muss sagen, ich bin begeistert. Und der Duft ist wirklich super schön. Den mag ich sehr, sehr gerne. Ja, dann sind wir schon bei Duft wachsen und Kerzen. Ich habe es mal geschafft, zwei Kerzen leer zu machen und zwar zwei wirklich große. Einmal von Juwelkerze, die Lady Scarlet. Das war ein schwarzes Wachs. Relativ mystisch, aber süßere Duft. Gut zu Halloween passend. Das Schmuckstück, kann ich mich noch erinnern, was das war. Ich glaube, ich habe die Kerze angefangen vor zwei Jahren. Das war irgendwas Ohrringmäßiges, meine ich. Steht das nicht unten drunter? Nein, es war ein Armband. Ah ja, dann weiß ich welches. Ein silbernes Armband mit so schwarzen kleinen Steinchen drin. Ja, qualitativ nicht das tollste, aber ganz nett und gut tragbar. Ich habe die Kerze genossen, sie komplett durchgewarmert und zu Melz verarbeitet. Dann war sie auch gut wahrnehmbar. Ich finde, im angezündeten Zustand sind Juwelkerzen nicht wirklich gut wahrnehmbar. Aber so war es okay. So, und dann habe ich noch den One Together von Yankee Candle leer gemacht. Der ist Sand of the Year von 2019. Ein wirklich außergewöhnlicher, aber auch wirklich schöner Duft. Mit einer Pfeffernote drin, die wirklich auch stark wahrnehmbar ist. Hat mir aber sehr, sehr gut gefallen. Ich finde auch das Glas wunderschön. Werde es auf jeden Fall aufheben und irgendwie recyceln. Ich habe es letztens bei dem Manuel ohne Namen als Windlicht gesehen. Also mit wieder einer Kerze drin. Sah wirklich schön aus. Vielleicht mache ich das einfach mal nach. Ja, gefiel mir gut. Ich habe zum Glück noch ein Backup. Wird den auch immer wieder nehmen. Ich mag den wirklich gerne. So, dann kommen wir schon zu Melz und kleineren Dingen. Ich habe von Party Light eine große Kiste Votivlichter leer gemacht. Bei den Votivlichtern kann man bei Party Light wirklich leicht den Docht rausziehen. Und hat dann eine schöne Meldportion. Die sind nicht so groß wie die Votivlichter von Yankee Candle. Aber trotzdem groß genug dann eben für eine große Duftlampe. Von der Intensität her ist Party Light nicht das stärkste. Aber die haben ein paar wirklich schöne Düfte. Hier war drin zum Beispiel Apple Chai, Plum Brandy, ein wirklich schöner Duft. Whisky Toddy, Holly Jolly Berry, Gingerbread, Spiced Pumpkin, den ich auch sehr mag. Peppermint Snowflake hatte ich rausgetauscht. Ich bin halt einfach von diesem Pfefferminzduft kein großer Fan gewesen. Habe das meiner Freundin getauscht. Dafür hatte ich andere Lichter drin. Und Balsam Snow. Mir hat das insgesamt ganz gut gefallen. Für kleinere Räume ist das wirklich eine schöne Sache. Ist aber auch okay, dass es jetzt weg ist. Ich muss nicht unbedingt Party Light nachkaufen. Wenn sich die Gelegenheit mal ergibt und ich zufällig bei so einer Party eingeladen bin, würde ich aber auch nicht Nein sagen. Genauso habe ich von Party Light einen 6er Pack Motivlichter leer gemacht in Goldbirke, Golden Birch. Ein Duft, der mir immer sehr, sehr gut gefällt. Leichte Marshmallow Note, also was Süßes. Über einem Birkenholzfeuer geröstet. Holzig, ganz, ganz leicht rauchig. Ein wunderschöner Duft. Den mag ich gerne. Die Motivlichter waren ein bisschen alt. Er war nicht so gut wahrnehmbar, wie ich das sonst von der Goldbirke gewohnt bin, die wirklich gut ist von Party Light. Trotzdem würde ich den Duft immer wieder nachkaufen, weil es einer meiner absoluten Lieblingsdüfte überhaupt ist. Ja, anderen kleinen Kram von Woodwick. Habe ich diesmal zwei Dinger leer gemacht. Einmal Fick Feige. Mal kein Holzduft, obwohl es von Woodwick ist. Ja, es ist ein nicht so süßer Feigenduft. Das habe ich an ihm wirklich geschätzt. Ich fand ihn aber verglichen mit den holzigen Noten, die ich von Woodwick gut kenne, weniger stark. Das muss ich zugeben. Trotzdem war er schön und gut wahrnehmbar. Ich habe ihn genossen. Wird ihn wieder benutzen, wenn er mir in die Hände fällt, aber nicht gezielt kaufen. Und das andere war Pomegranate, also Granatapfel. Auch ein fruchtiger Duft, kein holziger. Der war ein Touch süßer, würde ich sagen. Auch eine schöne Note. Gut wahrnehmbar. Aber würde ich auch gezielt nicht kaufen. Ich finde einfach, Woodwick zeichnet sich durch seine Holzdüfte aus. Und die mag ich besonders gerne. Die hier sind okay. Ich würde sie immer wieder nehmen, wenn sie mir in die Hände fallen oder günstig irgendwo zu kriegen sind. Und gezielt kaufen oder danach suchen oder gar eine Kerze kaufen, würde ich aber nicht. So, dann kommen wir mal zu den Clemmshells, die ich immer wieder nachfülle, weil ich die Kerzen habe. Und ich schmeiße die Hälfte auf den Boden. Naja, wir fangen mal an. Mit Yankee Candle Be Thankful. Einem Thanksgiving Duft. Der ist würzig und fruchtig. Hat eine sehr schöne Note. Ich finde ihn ein bisschen dezent. Dafür, dass er kalt so stark riecht, ist er dann warm. Gar nicht wirklich so furchtbar raumfüllend oder langanhaltend. Trotzdem schön. Und ich bin froh, dass ich davon noch was habe und mir das wieder auffüllen kann für den nächsten Herbst. Village Candle Leather Bound ist in letzter Zeit immer wieder dabei. Ist ein schöner, parfümisch-ledriger Duft. Der leicht eben auch an eine Bibliothek, an alte Bücher erinnert. Auch den mag ich sehr gerne. Den kann ich auch gut im Schlafzimmer haben, weil der auch nicht so furchtbar stark ist, aber gut wahrnehmbar. Den mag ich auch sehr gerne. Ich glaube, ich habe noch anderthalb Gläser. Werde ich weiterhin benutzen. Woodwick Warm Woods. Ein gemischter Holzduft. Warme Hölzer. Parfümige Hölzer. Sehr, sehr schön. Wie ich eben schon gesagt habe, die Woodwick Düfte mag ich besonders eben, wenn es so Holzdüfte sind. Das können die richtig gut. Da kommt auch kaum einer ran, finde ich. Wunderbarer Duft. Dadurch, dass das aus so einer Kerze kommt, ist das Wachs ein bisschen weich und manchmal schwierig zu dosieren. Aber insgesamt bin ich froh, dass ich davon auch weiterhin düfteln kann. Dann geht es weiter mit Goose Creek, Burlwood & Oak. Auch ein holziger, leicht männlich-parfümiger Duft, den ich sehr gerne mag. Man sieht hier übrigens beide Label, die Goose Creek da bisher benutzt hat. Ich finde dieses hier ein wenig schöner. Das hier ist mir zu dunkel irgendwie. Aber aufs Label kommt es nicht an. Beide sind trotzdem schön. Die Idee mit den Schlüsseln finde ich richtig gut. Und der Duft ist einfach Wahnsinn. Ich habe dieses Clemshell zweimal, weil ich es einfach viel benutze immer wieder. Ja, und ich fülle mir das immer wieder nach. Mag das sowohl im Schlafzimmer als auch im Wohnzimmer wirklich gerne. Und werde es weiterhin benutzen. Ebenfalls von Goose Creek Autumn in Amsterdam. Ein Duft, der gar nicht so herbstlich ist, wie er aussieht. Wunderschönes Label. Meine Wachsfarbe ist halt dieses Blau. Auch wunderschön. Aber der Duft ist überhaupt nicht herbstlich, finde ich. Ich finde ihn frisch, leicht süß. Ich kann ihn das ganze Jahr durch benutzen. Durch den Namen ist er bei mir im Herbst gelandet. Finde ich auch immer mal wieder gut, dass man da nicht nur so würzige Apfel-Pumpkin-Düft hat oder holzige Sachen. Sondern auch mal so was Frisches. Genieße ich jedes Mal aufs Neue. Auch davon habe ich noch reichlich auf Vorrat. Und auch den werde ich mir natürlich für nächstes Jahr wieder auffüllen. Kringle Candle Covered Bridge. Einer meiner liebsten Kringle Candle Düfte im Herbst. Ist ein auch wieder leicht maskuliner, natürlicher Duft. Frisch. Weniger holzig, sondern eher so frische Luft. Duft im Herbsttag draußen. Wunderwunderschön. Mag ich sehr, sehr gerne. Freue ich mich auch im nächsten Jahr wieder drauf. Fireside Treats. Ein weiterer Marshmallow-Duft. Leicht getoastet über einem Lagerfeuer. Süß plus holzig. Genau meine Linie. Leider gibt es den nicht mehr im Standardsortiment. Sonst würde ich den auch immer wieder nachkaufen. Ich habe noch ein bisschen was hier und freue mich, das weiter benutzen zu können. Bath & Body Works Leaves. Ein Duft nach bunten Blättern, die entweder noch am Baum hängen oder frisch gefallen sind. Eine leichte Fruchtnote mit drin. Das ist, glaube ich, ein Apfel. Total schön herbstlich. Mag ich sehr, sehr gerne. Und Bath & Body Works, das sind immer richtige Powerhäuser. Richtig stark, richtig gut und lange wahrnehmbar. Goose Creek Cozy With You ist ein kuscheliger Duft. Ein Kaschmir-Duft, würde ich sagen. Mit einer leichten Schokoladennote. Mag ich sehr, sehr gerne im Schlafzimmer. Gefällt mir. Ich bin immer noch dankbar, dass ich diese Kerze mal von einer Kollegin bekommen habe. Und freue mich jedes Mal und denke jedes Mal an sie. Goose Creek Royal Autumn. Ich glaube, die Kerze habe ich von der lieben Serpil bekommen. Ich mag auch den wirklich gerne. Der ist allerdings ein schwerer, parfümiger Duft, den ich am liebsten hier im Büro anhabe. Da, finde ich, kommt er richtig gut raus. Einen richtig großen Raum schafft er nicht, finde ich. Mein Empfinden, also im Wohnzimmer, bringt er es nicht. Ein Herbstduft schlechthin. Einer der besten, die Goose Creek je gemacht haben. Auburn Lake. Auch den hole ich mir regelmäßig aus der Kerze raus. Ja, ein sehr außergewöhnlicher Duft. Bunte Blätter. Trockene, kühle Waldluft. Und mega stark, mega gut in der Performance. Ich mag den sehr, sehr, sehr gerne. Wenn ich den nochmal irgendwo sehe, muss ich ihn nachkaufen, weil ich bin an meinem letzten Glas und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Yankee Candle, A Night Under the Stars. Ein Herbstduft, ich glaube, aus dem letzten Jahr, wo ich damals dachte, das wird mein Lieblingsduft aus der Reihe. Nein, ist er nicht geworden. Er ist schwach. Ich finde ihn wirklich schwach. Er ist schön, er ist mystisch. Ich finde ihn leicht, ganz leicht maskulin. Aber er ist schwach. Den kann ich auch nur in kleineren Räumen, Bäder, vielleicht noch das Büro oder das Schlafzimmer benutzen, aber niemals im großen Wohnzimmer. Da verpufft er total, was ich schade finde, denn eigentlich vom Geruch her würde der für mich da sehr gut reinpassen. Der Gegenspieler, dessen Label man kaum noch lesen kann. Yankee Candle Warm and Cozy aus derselben Reihe. Damals habe ich gedacht, das ist der schlechteste Duft aus der Reihe. Das ist mein absoluter Lieblingsduft geworden. Ich mag den total. Der kann auch richtig was. Der ist ein Powerhouse. Kühl und frisch und gleichzeitig einlullend und schön. Ich mag den einfach super gerne. Ich glaube, es ist entweder Eukalyptus oder eine Minze drin, die aber so schön verpackt wurde von diesem Duft, dass es mich einfach nur begeistert. Ich bin froh, dass ich ein Backup gekriegt habe in diesem Monat und werde ihn weiterhin rauf und runter düfteln, wenn wieder Herbst ist. Yankee Candle Oak and Amber Incense. Holzig. Warm. Genauso muss ein Duft für mich sein. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Den finde ich mittelmäßig in der Performance. Auch den könnte ich mir stärker vorstellen, aber man kann ihn wahrnehmen immerhin im großen Wohnzimmer. Sehr schöner Duft. Ich werde ihn weiter benutzen. Nachkaufen bräuchte ich ihn nicht unbedingt. Ich habe genug davon. Genau wie ich genug habe von Yankee Candle Farmstand Festival. Ein fruchtiger Herbstduft. Wenn gewürzt, dann nur leicht gewürzt, aber wirklich trotzdem schöne Herbstfrüchte gemischt. Gefällt mir gut. Auch der ist mir aber zu schwach. Party Light Pumpkin Spice. Das habe ich eben schon mal was dazu gesagt. Den finde ich ganz gut von Party Light. Der performt gut. Der schafft auch große Räume. Es ist ein relativ leicht gewürzter Pumpkin Duft. Meiner Meinung nach ist da wirklich auch eine Pumpkin Note mit drin. Also dieses leicht dumpfe vom Pumpkin kommt mit raus. Finde ich aber wirklich gut eingefangen in diesen Duft. Ich mag den sehr. Und mein absoluter Liebling hat an meinem Geburtstag überall geduftet. Natürlich Nature's Paintbrush. Der absolut schönste Yankee Candle Herbstduft, den es je gab. Super außergewöhnlich. Super intensiv. Super besonders. Ich mag ihn einfach. Nature's Paintbrush ist für mich der Herbstduft schlechthin. Dann kommen wir jetzt zu den Original Clemshells, die ich hier so rumliegen habe. Ich fange an mit Goose Creek. Blueberry Cake Donut. Eine sehr süße und für mich schon fast parfümige Blueberry Note. Nicht wirklich foodie. Nicht wirklich stark. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Montags-Klemshell gewesen. Das ist nicht meins. Das würde ich nicht nachkaufen. Bin froh, dass ich das so testen konnte. So komme ich nicht in die Versuchung, es nachzukaufen. Dann von East Light Candles. Luke Steiner habe ich mal wieder leer gemacht. Auch eine Blaubeernote. Blueberry Muffin. Die sehr schön kuchig ist. Man kriegt wirklich auch den Muffin mit. Und eine schöne Blueberry Note. Würde ich immer wieder nachkaufen. Einziges Manko, wie ich jedes Mal sage. East Light Candles. Etwas bröckeliges Wachs. Aber dafür sehr schön in der Duftabgabe. Was will man mehr? Dann habe ich mich herangetraut an Village Candle Autumn Comfort. Den habe ich ja mehrfach verpackt in irgendeinem Tauschpaket gefunden. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil er wirklich im Klemshell stark und komisch würzig riecht. Warm fand ich ihn nicht mehr so stark. Die Note war einfach warm und würzig. Ja, ich würde ihn mir nicht nachkaufen. Aber ich fand ihn auch nicht schlimm. Kringle Candle. Zwei Stück. Ich habe einmal auch davon den Blueberry Muffin versucht. Und auch dieser Blueberry Muffin konnte mich nicht überzeugen. Der holt mich einfach nicht ab. Es ist wieder eine parfümige Note für mich. Und nicht so wirklich Muffin. Ich weiß nicht, ob meine Nase da im Moment verkehrt ist. Vielleicht hattet ihr mal irgendeinen dieser Blaubeer-Gebäcknoten und könnt mir was dazu sagen. Goose Creek und Kringle Candle rochen für mich eher parfümig und waren auch beide nicht stark. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Es ist wahrscheinlich mein Zinken. Richtig schön fand ich aber Autumn Amber. Ein warmer Herbstduft. Nach frischer Luft. Nach gefallenem Laub. Mit einer parfümigen Amber-Note halt drin. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Würde ich immer wieder nachkaufen. Ja, am meisten, mal gucken, ob ich es anheben kann, habe ich Sensi gedüftelt. Ja, es ist mir oftmals am Anfang der Jahreszeit dann zu schade. Und dann am Ende der Jahreszeit will ich die Dinger aber leider auch leer kriegen. Und deswegen ist jetzt einiges davon leer geworden. Ich fange an mit Sweet but Fierce aus der Glamorous You Collection. Und ich muss sagen, generell Glamorous You fand ich, als ich die Kite geschnuppert habe, ganz okay, parfümig, feminin, nicht so stark, brauche ich nicht. Ich fand die zum Beispiel Sweet and Fierce richtig gut. Ich habe die hier im Büro und im Nachbarraum angehabt. Wunderschöner Duft. Auch meistens mehrere Tage. Zwei Tage laufen die hier meistens. Super. Würde ich nachkaufen. In der Tat lege ich mir jetzt nicht unbedingt in den Club, aber würde ich nachkaufen. Pio Mai. Eine, ja, Bakery-Note. Mit einem Apfel drin, meiner Meinung nach. Ein Apple Pie. Sehr süß, nicht zu würzig. Gefiel mir gut, hat es in der Küche sehr gut getan. Würde ich nachkaufen. Around the Campfire. Eine rauchige Holznote. Die trotzdem was Kuscheliges hat. Irgendwie auch so eine Kaschmier-Note mit drin hat. Gefällt mir auch sehr gut. Voll mein Beuteschema. Würde ich nachkaufen. Scarlet Woods war, glaube ich, auch im letzten Monat schon mal dabei. Ein Herbstduft, der für mich mittlerweile eine Duschgel-Note entwickelt hat und den ich nicht mehr nachbräuchte. Der aber vollkommen okay war und auch gut in der Performance. Wie meistens bei Sensi. Das muss ich wirklich sagen. Spice Cake. Ein leicht gewürzter Kuchenduft, der, ja, herbstlich-winterlich ist. Von den neuen Herbst-Winter-Düften gefällt mir auch gut. Erfüllt auch meine Küche. Wunderbar. Ja, nicht so ganz zufrieden war ich mit Poor Unfortunate Souls, dem Ursula-Duft aus der Villeins-Kollektion. Es ist ein schöner Duft. Ohne Frage. Es ist aquatisch, es ist süß, es ist schön. Aber er ist sehr, sehr schwach. Ich habe den in verschiedensten Räumen ausprobiert. Im Endeffekt bin ich beim Gästebad gelandet. Der kleinste Raum in diesem Haus. Da tut er es gut. In allen anderen Räumen, selbst in so einem Büro oder einem Schlafzimmer, konnte ich ihn nicht wahrnehmen. Sehr schwach auf der Brust. Trotzdem ein schöner Duft. Würde ich aber aufgrund der Performance nicht nachkaufen. Go Glam. Hingegen würde ich immer mal wieder nachkaufen. War, glaube ich, in der Bring Back My Bar Kollektion. Ist ein parfümisch, leicht moschuslastiger Duft. Den ich sehr schön finde. Sehr feminin. Auch wieder so ein Duft für mich fürs Büro. Da mag ich solche Düfte, die ein bisschen weicher, femininer, cleaner sind. Mag ich, würde ich nachkaufen. Der Aladin-Duft, der heißt Three Wishes und erfüllt bei mir auch mehr als drei Wünsche. Er ist klebrig süß. Er riecht für mich nach Kaubonbon. Nach so einem Mauern Kirsch oder Himbeer. So einem roten Mauern. Er ist stark. Er performt gut. Der Bar ist hübsch. Würde ich jederzeit nachkaufen. Ich glaube, der liegt bei mir im Club. Da darf er auch eine Weile drin bleiben. Schöner Duft. Und zu guter Letzt, die Mistress of Evil, Maleficent. Ein Pflaumenduft. Sehr herbstlich, trotzdem irgendwie sehr mysteriös. Ich mag den. Der könnte für mich noch ein Touch stärker sein, aber der ist wesentlich stärker als Ursula. Würde ich dem zufolge nachkaufen. Auf jeden Fall. So, ich habe in der Zwischenzeit mal das Akku ein bisschen geladen. Meine Kamera will bei diesen Drehmarathons nicht mitmachen. Habe mir einen Kaffee gemacht. Und werde jetzt noch den ganzen Kleinkram mit euch zusammen reviewen. Ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Ich habe hier so einen Korb, wo einiges drin ist noch. Habe auch meinen Müll geleert. Lasst uns anfangen. Ja, größere Kleinsachen sind noch diese alten Mini-Klemmshells von Kringle Candle. Da hatte ich einmal den Brandied Pumpkin. Ein sehr, sehr außergewöhnlicher Pumpkin-Duft. Durch diese Brandy-Note. Eine leicht alkoholische Note. Wirklich schön. Leider war, glaube ich, dieses Melt sehr alt, sodass es nicht mehr stark wahrnehmbar war. Aber der Duft an sich ist super schön. Dass man in diesen neuen Klemmshells geben würde und frisch aufgelegt, würde ich das auf jeden Fall nachkaufen. Ein sehr, sehr besonderer Duft. Dann habe ich noch eins davon gehabt. Wo ist es denn? Da. Kitchen Spice. Ja, Kitchen Spice ist eine Würzmischung für die Küche. Sehr zimtlastig. Aber auch sehr, sehr schön. Ich mag den auch von Yankee Candle sehr gerne. Kringle ist quasi genauso gut. Das war auch noch gut wahrnehmbar, obwohl es diese alte Klemmshell-Art ist. Würde ich jederzeit wieder nehmen. Dann habe ich von Traumdüfte Clementine. Oder Clementine. Ist ja so eine Art von Mandarine. Und das ist auch wirklich so ein, ja, ein Duft, der mich immer an Nikolaus erinnert. Früher hat der Nikolaus immer in die Stiefelchen Mandarinen und Nüsse gepackt. Und es riecht ein bisschen so, ja. Ein sehr authentischer Clementinen-Duft. Sehr, sehr schön. Gut wahrnehmbar. Lang anhaltend. Dann habe ich noch auch von Traumdüfte, aber kaum noch erkennbar. War mir nämlich irgendwie mal hinter die Schublade gefallen. Ist wieder aufgetaucht. Musste ich dann mal wegbrauchen, weil vermutlich sehr alt. Traumdüfte Pink Petals Tea Cake. Obwohl es älter war, vermutlich. Steht was drauf, wann es hergestellt wurde. 23.09.2019. Sehr gut wahrnehmbar. Ein sehr schöner, bakery-artiger Teeduft. Wirklich schön. Gefiel mir gut. Vielleicht feminin, doch durch diese Pink Petals. Ein wirklich schöner Duft. Würde ich jederzeit wieder nehmen. Ja. Jetzt gehe ich total durcheinander durch meine Tütchen und Tarte-Verpackungen. Yankee Candle Warm Luxe Cashmere. Hatte ich in einer Tatform mal bekommen, in einem Tauschpaket. Ein schöner Kaschmere-Duft halt, ne. Sehr weich, sehr umhüllend. Gefiel mir. War auch von der Performance her wirklich okay. Dann habe ich Crisp Campfire Apples. Ein Motivlicht leer gemacht. Ja. Leicht geröstete oder getoastete Äpfel über einem Lagerfeuer. Schöner Duft. Sehr herbstlich. Bridgewater Remember When. Hatte ich in einem der Bäder an. Und war auch ein sehr schöner Duft. Und auch wirklich langanhaltend. Das hat mich gewundert. Ich hatte wirklich nur einen so einen Knubbel. Und der war wirklich, wirklich gut. Mal kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Mh. So gut. Dann habe ich mich mal durch meine Sensi Proben der Herbst- und Winterdüfte durchgetestet. Die waren immer so von der Menge her ungefähr ein halber Würfel. Deswegen eine geringe Menge. Habe ich die immer in den Kellerabgang quasi gemacht. So dass man das riecht, wenn man runter geht. Da waren die alle sehr schön wahrnehmbar. Das muss ich schon mal sagen. Cashmere & Corduroy ist einer meiner liebsten von den neuen Herbst-Winterdüften von Sensi. Sensi. Ein wirklich schöner Kaschmier-Duft wieder. Ein Kuschel-Duft. Mit einer leichten Süße drin. Gefällt mir mega gut. Habe ich nachgekauft. Werde ich auch noch öfter nachkaufen. Soft-Kaschmier-Silk von mir selbst. Ein sehr starker Kaschmier-Duft. Sehr warm. Leicht würzig. Ja, auch immer wieder gut. Mag ich sehr gerne. Würde ich genauso wieder gießen. Gefällt mir. Von Bea. Trick or Treat in Salem. Ein schöner herbstlicher Duft mit verschiedensten Gewürznoten drin. An der Tüte riecht mir jetzt nicht mehr viel. Aber ich erinnere mich, dass ich den hier im Büro anhatte. Und der mir sehr viel Freude gemacht hat. Custom-Order Toasted Marshmallow. Weiß ich nicht wovon. Ist auch egal. Toasted Marshmallow geht bei mir immer. Süß und holzig zusammen. Wunderbar. Rieche ich auch jetzt noch. Sehr schöner Duft. Kaschmier von Liebe zum Handmade. Gefiel mir auch sehr gut. War eine relativ kleine Menge. Hatte ich, glaube ich, wieder im Bad an. Und ist ein relativ durchschnittlicher Kaschmier-Duft. Gefällt mir. Würde ich wieder nehmen. Sensi Vanilla Bourbon. Ein maskuliner Vanilleduft. Ich glaube, der war auch aus der Männer-Kollektion vom Vatertag. Ich fand den allerdings für die warme Performance nicht besonders stark. Duft an sich schön. Performance war mir zu schwach. Dann habe ich hier Portweinfrüchte von Wohlfühlmomente. Ein sehr schöner, fruchtiger Duft. Relativ stark. Auch jetzt noch sehr, sehr gut im Tütchen wahrnehmbar. Ja, würde ich wieder nehmen. Auf jeden Fall. Country Candle Maple Sugar Cookie. Weiß ich gerade nicht. Doch, der war auch wirklich schön herbstlich. Man bekommt wirklich diese Maple Syrup, also Ahornsirup-Note mit. Sehr, sehr schön. Das war langanhaltend. Das hat mir sehr gut gefallen. Jederzeit gerne wieder. Der Mighty Dragon von... Gute Frage. Ich weiß es nicht. Village Candle. Den hatte ich im Bad an und den fand ich nur so durchschnittlich. Ich bräuchte den nicht wieder. Es war eine nette Duftrichtung, aber für mich nichts Besonderes. Dragon's Kiss von mir selbst ist eine Mischung aus Toasted Marshmallow und... Ja... Wie heißt denn dieses... Drachenblut? Drachenblut? Gefällt mir gut in der Mischung. Würde ich auch immer wieder so herstellen. War stark. War langanhaltend. Genauso müssen Duft-Tarts für mich sein. Scentsy Marshmallow mit Cocoa. Ein minziger Kakao-Duft. Auch sehr schön, aber auch zu schwach. Ich hatte allerdings auch nur einen Cube. Vielleicht, wenn man da eine größere Menge von nehmen würde, wäre das besser. Dann Happy Melts Coffee & Caramel Cream. Keine Erinnerung. Vielleicht hatte ich den gepaart mit dem anderen Kaffee-Duft in der Küche. Ja, ich rieche auch nichts mehr. Kann ich nicht viel zu sagen. Hier ist noch ein Soft Cashmere Silk von mir. Und wieder so eine Scentsy-Probe. Und zwar Cheerful Celebration. Hier steht auch nochmal die Duftbeschreibung. Ein helles und sprudelndes Jubiläum von spritziger Zitrone, saftiger Ananas und saurer Himbeere. Und diese fruchtigen Düfte habe ich am Anfang gedacht, nicht so meins. Es ist mir zu fruchtig. Vielleicht noch eine Prosecco-Note drin. Brauche ich nicht. Gefiel mir sehr gut. Habe ich mittlerweile nachgeordert. Dann eine Tüte ohne Namen. Auch immer gut. Blackberry Sandalwood. Eine schöne Kombination aus Sandelholz und dunkler Beere. Wunderbar warm und herbstlich, aber gleichzeitig fruchtig. Gefällt mir gut. Auch den habe ich nachgeordert mittlerweile. Dann haben wir noch Greenleaf Harlem Spice Caramel Pumpkin. An den kann ich mich sehr gut erinnern. Den hatte ich im Wohnzimmer an, obwohl das nur ein Cube war. War das mega gut wahrnehmbar und lang anhaltend. Hat mich total erfreut. Würde ich jederzeit wieder nehmen. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm, diese Firma. Aber der Dupf war echt gut. Dragon's Kiss. Habe ich schon drüber geredet. Brauche ich nicht nochmal. Chestnut Hill S'mores. S'mores ist ja dieses Marshmallow zwischen Graham Crackern, glaube ich. Und Schokolade noch auf dem Lagerfeuer geröstet. Mega dekadent. Mega lecker. Aber Chestnut Hill hat mich da nicht ganz überzeugt. War nicht so mega gut wahrnehmbar. Für mich. Ein richtig toller Duft von Bea ist Blue Agava & Core Type. Den fand ich mega. Der hat mir mehrere Tage im Schlafzimmer wirklich schöne Duftstunden gegeben. Und auch die Tüte riecht jetzt noch so himmlisch danach. Ich mag den richtig, richtig gerne. Einer meiner liebsten Bea-Düfte. Gerne wieder herstellen, Bea. Ich kaufe den. Auf jeden Fall. Der ist super. Witchy Woo Harry Potter Hagrid. Nein, Entschuldigung. Hedwig. Hedwig war ein guter Duft. Ich habe ja mittlerweile einiges von Witchy Woo ausprobiert. Der war okay. Den mochte ich. Der roch so, ja, nach Luft halt auch. Wirklich so, als ob die Eule halt durch die Gegend fliegt. Gefällt mir. Irgendeiner war aber dabei, der mir nicht gefiel. Vielleicht finden wir ihn gleich noch. Entschuldigung. Partylight. Moss Birchwood, glaube ich, heißt das. Ein holziger Duft, der im Bad auch ganz gut seine Dienste geleistet hat. Gefiel mir. Nehme ich wieder, wenn ich den irgendwie mal bekomme. Aber gezielt kaufen würde ich den nicht. Dann habe ich einen riesen Loaf zu Ende gebraucht von Tiffany Candles, die glaube ich mittlerweile, anders heißen, Scarlet Rose Candles oder sowas. Ich kann nicht mehr wirklich lesen, was es war. Es war eine Bakery-Note, leicht gewürzt, schokoladig, lecker. Hat in der Küche rauf und runter gedüftelt und war immer noch sehr gut, obwohl es relativ alt war. Sensi Graduation, gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Hätte ich auch am Anfang nicht gedacht. Ich habe am Anfang diese ganze Kollektion ausgespart, hatte den dann mal als Probe in so einem Tausch hier drin. Und der ist wirklich schön. Der gefiel mir gut. Würde ich wieder nehmen. Klasse. Eden's Secret, Dolly Rocker. Ein wirklich schöner Bakery-Duft. Süß, ganz, ganz leicht gewürzt. Viel Vanille drin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Würde ich jederzeit wieder kaufen. Gefällt mir. Auch gut in der Performance, was sie nicht alle sind. Autumn Magic von Eden's Secret. Dieser ganz normale Autumn Magic-Duft, den ich auch schon mal als Öl hatte, der relativ bekannt ist. Mag ich sehr gerne. Hat nicht so gut performt von Eden's Secret. Muss ich zugeben. Schade drum. Dann habe ich hier Blue Sage und Tonka. Auch wieder so eine Probe von Sensi. Mitternachtsalbei, schwarzer Lavendel und Tonka-Bohne. Eine maskuline, leicht holzige Note. Sehr schön. Gefällt mir. Veloutier Havanna Café. Veloutier finde ich nicht besonders stark. Ist aber ein schöner Duft. Eine leichte Tabaksüße drin. Gefällt mir. Ich wünschte, er wäre stärker. Dann würde ich ihn auch kaufen. So eher nicht. Yankee Candle Home Inspiration Pumpkin Chai Latte. Ich mag Pumpkin Chai. Also Chai an sich nicht so, aber alles was mit Pumpkin ist. Pumpkin Spice, Pumpkin Chai. Wunderbar. Genauso war dieser Duft auch wunderbar. Gefiel mir würde ich jederzeit wieder nehmen. Nochmal ein Dragon's Kiss von mir. Dann habe ich ein Dried Lavender and Oak. Motiv Licht leer gemacht. Eine schöne Kombination aus Eichenholz und Lavendel. Genau richtig abgestimmt meiner Meinung nach. Rieche ich sehr, sehr gerne, obwohl ich an sich kein Lavendel-Fan bin. Die Kombination finde ich richtig gut. Richtig gut fand ich auch Juwelkerze Mr. Fox. Diese Kerze ist ja bei mir irgendwie Ende letzten Jahres als Bruchkerze angekommen. Kann man auch nicht wirklich umtopfen, weil die ja in so einer Figur drin war. Also habe ich die komplett zum Melz gemacht. Die sind jetzt leer. Schade, denn die waren wirklich gut. Die waren sowohl in der Wahrnehmbarkeit, also in der Stärke gut, als auch in der Ausdauer. Der aromatisch-süße Whisky von In The Mood Design hat mich nicht überzeugt. Ich fand ihn kalt geschnuppert wirklich toll, wirklich was Besonderes. Warm habe ich ihn kaum wahrgenommen. Ich glaube, dass es gar nicht die Schuld von In The Mood Design oder von diesem Parfümöl ist. Hier am Tütchen rieche ich es auch wieder richtig gut. Ich glaube, dass es einfach meine Duftlampe war. Die passten nicht zusammen, das Wachs und die Lampe. Deswegen ist das nichts geworden. Schade drum, aber so ist es halt. Sensi Sweet Plum Pastry ist ein wunderschöner Bakery-Duft. Wer Pond Rosin mag von Yankee Candle, wird diesen Duft lieben. Er geht so in die gleiche Richtung. Ist einfach schön. Würde ich immer wieder nehmen. Scarlet Sunflower von Sensi ist auch ein wunderbarer neuer Duft. Ich finde den für einen Herbstduft sehr frisch, aber auch sehr besonders und sehr schön. Da drin sind Apfel, Preiselbeeren und eine scharlachrote Sonnenblume. Ich habe noch nie eine rote Sonnenblume gesehen, aber wenn die so riechen, her damit. Einen ganzen Strauß. Wunderschöner Duft. Immer, immer wieder gerne. Habe ich auch auf jeden Fall schon nachgeordert. Witchy Woo. Karl Drogo von Game of Thrones. Ein mystisch dunkler Duft. Holzig. Naja. Der war mir fast schon zu ätherisch von dem Duft her. Nicht ganz meins. Würde ich nicht unbedingt wieder nehmen. Soft Cashmere Silk. Ich habe mal Vorräte aufgebraucht. Let's Escape. Einer der neuen Sensi Düfte, der auch super schön ist. Da drin ist Safran, Orchidee und Amberholz. Ein richtig schöner, besonderer Duft. Ich finde den nicht so stark, wie zum Beispiel die Sonnenblume eben. Aber trotzdem sehr, sehr schön. Ein schöner Hintergrundbedüftler, den man wahrnimmt. Aber nicht so dominant, wo man sich direkt fragt, was ist hier an. Sondern der ist einfach da und man denkt, hier riecht es gut. So sollten Düfte eigentlich sein. Dann habe ich noch so eine Probe. Und zwar Tinselberry. Einer der roten, die ich am Anfang nicht mochte, aber im Nachhinein dann doch gut finde. Erdbeere und Preiselbeere. Mit Zimt und Zucker. Ganz außergewöhnlich. Erdbeere da drin. Aber macht sich gut. Ja, es ist wie ein Dessert oder ein Cocktail mit so einem Erdbeerpüree drin. Sehr, sehr schöner Duft. Dann habe ich hier Sensi Blood Orange Spice. Blutorange mit Gewürzen. Schön, tut's immer. Brauche ich aber nicht in großen Mengen. Einmal Tarte Tatin. Ein Tarte, das ich in einem Tauschpaket hatte. Was, glaube ich, ein wenig überlagert war. Riecht nicht mehr so stark. Ist im Moment in der Küche an. Wenn man nah an die Lampe rangeht, nimmt man es wahr. Ansonsten eher nicht. Und wir nähern uns dem Ende mit Apple Cider. Von Yankee Candle. Auch schon ein älteres Votivlicht. Man sieht, wie sehr das hier verfärbt ist. Dementsprechend hängt viel Öl in dieser Verpackung. Und es war nicht mehr so viel in dem Votivlicht. Und entsprechend war es halt nicht mehr so stark. Schade drum. Denn eigentlich ein wirklich schöner Duft. Ein schöner Apfel-Cider-Duft. Gemischt habe ich einfach zwei kleine Proben von Sensi, die ich bekommen hatte. Twilight Frost und Ginger Spice. Wieder für den Kellerabgang. War angenehm. Ich glaube, man soll die nicht unbedingt mischen. Ob die jetzt so super zusammenpassen, weiß ich nicht. Die passten von der Größe her zusammen. Das war mir wichtig und es roch angenehm. Und zu guter Letzt habe ich noch so eine Sensi-Probe in meinem Körbchen. Dann ist es auch leer. Ähm. Was war es denn? Ah ja. Der Beste überhaupt. Enchanted Woods. Ich mag den unheimlich gerne. Leuchtendes Amber und ein Hauch von cremiger Kokosnuss schlängeln sich durch einen mystischen Wald aus Sandelholz und Birkenholz. Alle Duftnoten einzeln mag ich sehr gerne. Die Kombination ist wunderschön. Gefällt mir. Ja, neben diesem Duft würde ich als Favoriten den Sonnenblumenduft nehmen von diesem Monat. Natürlich die, die ich immer düfte, klar, aber das ist nichts Besonderes. Ähm. Als Duftentdeckung noch dieser Bär-Duft. Blue Agava and Cocoa Type. Ein Träumchen. Ja, was waren denn eure Lieblingsdüfte im Oktober? Erzählt mir davon, schreibt mir in die Kommentare. Auch jede Anregung für ein Video oder sowas gerne in die Kommentare. Ich habe letztens gelesen, jemand interessiert sich für meine Lampen. Ich denke, ich werde ab dem nächsten Quartal, was bei mir dann jetzt im November anfängt, wenn ich umdekoriert habe, werde ich mal so eine Warmer-Tour machen. Das wurde sich gewünscht. Sehr gerne. Ich weiß auch, dass immer noch das Bücherregal auf der To-Do-Liste steht, dass sich manche Leute für ein Lehrer-Bücherregal interessieren. Gerne. Gerne, gerne mache ich. Wird dauern. Ich komme nicht immer dazu. Aber irgendwann werde ich mir die Mühe mal machen und das abfilmen. Vielleicht nicht so im Detail, wie viele Booktuber das machen. Ich glaube, an vielen Stellen ist es auch nicht so interessant. Wenn ich mal so hier rüber schwenken würde, würden da wirklich viele Schulbücher auch stehen. Egal. Ich zeige es euch irgendwann mal. Ja. Dann wünsche ich euch alles Gute bis zur nächsten Woche. Bleibt mir gesund. Lasst es euch gut gehen. Habt einen schönen Abend, einen guten Tag, eine wundervolle Nacht, wann immer ihr das Video gesehen habt. Bis zur nächsten Woche. Eure Petra. 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 Vielen Dank.